Nach Hans-Peter Martin und Eugen Freund setzt man jetzt verstärkt in der SPÖ nicht auf politische Gewehrensteiger, sondern bei der Liste für die Europawahl auf bewährte Politiker. Herr Bürgermeister, was hat Sie bewogen zu kandidieren? Also wie ich schon mehrfach erklärt habe, war das ja eigentlich eine sehr spontane Entscheidung und die hat sich darauf begründet, dass ich eigentlich schon oft darüber nachgedacht habe, wie die Politik in Europa verbessert werden kann, wie zum Beispiel das Salzkammergut mehr Förderungen aus der EU bekommen kann. Und ich habe mich immer sehr interessiert für die Arbeit von Europaabgeordneten. In der Liste derer, die früher im Parlament waren, also noch ist er im Parlament, hat Joe Weidenholzer gefehlt, der ja auch mit Gäusern verwartet ist und ich sehr oft mit ihm auch gesprochen habe. Und irgendwie habe ich immer ein bisschen Interesse gehabt und letztlich war es dann eine sehr spontane Entscheidung, und ich bin ja damals nach China geflogen, sechs Uhr dort gelandet, acht Uhr, bei uns Ortszeit zwei Uhr, habe ich mich dann vier Stunden niedergelegt und Mittag habe ich dann aus einer spontanen Entscheidung der Landesvorsitzenden der SPÖ, der Soziallandesrätin Birgit Gerstorf, ein SMS geschrieben, eine WhatsApp-Nachricht, mich interessiert das, ich kann mir vorstellen, dass ich das mache. Und dann sind die Dinge in den Lauf gegangen und am vergangenen Sonntag hat dann der SPÖ-Bundesparteitag diese Liste beschlossen mit über 96 Prozent Zustimmung. Und jetzt wird es eigentlich ernst und am 26. Mai findet diese, wie ich finde, sehr, sehr wichtige Wahl, nicht nur für Europa, sondern auch für unser Land und auch für unsere Region, für das Salz-Kammergut-Staat. Jetzt haben die Sozialdemokraten europaweit ein großes Mobilisierungs-Dilemma. In zwölf Ländern wurden mehr als zehn Prozent der Wähler verloren. Wie möchte man es diesem Trend gegensteuern? Also Europa steht vor einer Veränderung. Die Menschen spüren, dass sich eigentlich diese europäische Idee nur einmal reduziert auf wirtschaftliche Belange. Ich bin der Überzeugung, dass europäische Politik wenig spürbar ist und wann, dann hört man eher über Regulierung ein und nicht, was das Ziel war, zu deregulieren, also weniger Regeln und Richtlinien. Europa muss für die Menschen wieder spürbar sein. Europa ist aber auch spürbar. Jüngst haben wir ja Regelssitzungen gehabt, über die wir ja auch noch reden werden. Es sind mehrere Millionen Euro Förderungen in die Salzkammergut geflossen und es ist auch nicht bekannt, dass es auch in anderen Bereichen Projekte gibt, Umsetzungsmaßnahmen, die es ohne Europäische Union nicht gegeben hätte. Mir ist aber wichtig zu sagen, Europa, das ist nicht nur ein geografischer Begriff, Europa, das ist nicht nur eine Wirtschaftsgemeinschaft, weil letztlich wird ja jetzt beim Brexit nur darüber geredet, wie kann der freie Handel gesichert werden, sondern Europa, das soll auch eines der Menschen sein. Und was ich für sehr gefährlich finde und das, was letztlich auch eine Motivation war, sich zu engagieren, sind Erscheinungen, die es jetzt gibt in europäischen Ländern, mit denen ich einfach nicht einverstanden bin und mit denen man auch nicht einverstanden sein kann, weil letztlich ist Europa gegründet worden als Demokratieprojekt, als Friedensprojekt. Und wenn jetzt in manchen Ländern die Pressefreiheit in Gefahr ist, es sind voriges Jahr in EU-Ländern zwei Journalisten ermordet worden, dann ist es bedenklich, wenn die unabhängige Justiz, die ja Kernzelle unseres demokratischen Systems ist, infrage gestellt wird und wenn auch die Reisefreiheit infrage gestellt ist und wieder Grenzen aufgebaut werden, dann ist es, glaube ich, an der Zeit, dass man dagegen auch auftritt. Bleiben wir bei den Europäerinnen und Europäern, bei den Menschen, von denen Sie gesprochen haben. Es zeigt die Vergangenheit, dass die Arbeiter immer mehr als Kernwetterpotenzial den Sozialdemokraten abhanden kommen. Darüber hinaus gelingt es aber auch nicht, neue urbane Mittelschichten anzusprechen. Ist das jetzt ein Bereich, wo man sagt, da nimmt man sich speziell dafür an oder sind das Themen, wo man sagt, man kann ohne dies nicht gegensteuern? Nein, man muss genau schauen und es gibt unterschiedliche Strömungen. Wer nach Deutschland schaut, der sieht die Probleme der Sozialdemokratie, wo die Grünen quasi dann die Nachfolger der Sozialdemokratie sind. Wer nach Großbritannien schaut, die leider dann weg sind, die Labour Party, hat die bei der letzten Wahl überraschenderweise ganz deutlich dazugewonnen und war knapp dahinter, den Premierminister zu stellen. Und wenn ich mir das Wahlergebnis der Nationalratswahl anschaue, dann hat die SPÖ gewonnen und hat durchaus ein städtisches, bürgerliches Publikum ansprechen können. Natürlich hat es nicht gereicht für den ersten Platz. Und die Dinge, die jetzt in Österreich passiert sind, waren natürlich nicht förderlich und dänlich. Aber so wie die Partei jetzt aufgestellt ist und diesen Geist, den ich da erlebt habe in Wels, das muss ich schon ganz ehrlich sagen, das ist eine Motivation. Und die Partei ist wirklich geeint. Und vorher hat es ja die Untenrufe gegeben, wie viel Prozent schafft die Frau Pamela Rendi-Wagner. Bleibt sie unter 80 Prozent? Bleibt sie unter 90 Prozent? Und dann waren es doch 98 Prozent. Und letztlich, das war ja einmal das klare Zeichen. Und das gilt ja auch, oder das hat es ja vorher geheißen, wir stemmen ja eigentlich nicht nur über unsere Vorsitzende ab, sondern wir stemmen auch über den Zustand der Partei ab, nämlich wie geeint sie ist. Und diese erste Bewährungsprobe ist ja jetzt einmal geschafft. Was das große Problem der Sozialdemokratie in Europa aus meiner Sicht ist, das sind die Migrations- und Flüchtlingsfragen. Und ich bin mir ganz sicher, in einer gemeinschaftlichen Lösung Europas ist dieses Problem zu lösen. Ich habe auch das Gefühl, dass einige Interesse haben, dass dieses Problem weiter besteht. Weil solange es dieses Problem gibt, kann man auch mobilisieren und kann man emotionalisieren. Ich bin aber der Überzeugung, es braucht eine gemeinsame Lösung in Europa. Es könnte eine gemeinsame Lösung geben, aber sie passiert einfach nicht. Und das ist bedauerlich und man muss ja letztlich auch bekennen, man hat Italien alleingelassen. Und letztlich war das dann, weil man Italien eben alleingelassen hat mit dieser Flüchtlingswelle, hat es dann die Folgen gehabt, mit denen wir jetzt konfrontiert sind. Und letztlich ist auch das, was dort an der Politik passiert, durchaus auch gefährlich für die europäische Idee. Jetzt treten Sie im Frühling, ich habe es ja bereits erwähnt, zu dieser EU-Wahl, zu dieser bedeutenden EU-Wahl an. Wie geht es in Bad Ischl weiter? Also zuerst warten wir mal den 26. Mai ab. Da müssen wir schauen, ob dieses Mandat dann tatsächlich erreicht werden kann. Jetzt haben wir ja gerade darüber geredet, in welcher schwierigen Situation die Sozialdemokratie ist. Wenn sie leicht verliert, ist dieses fünfte Mandat weg. Man wird ja sehen, was sind die Themen des Wahlkampfes. Gelingt es zu mobilisieren? Wir wissen ja, in Ischl war die Wahlbeteiligung bei der letzten EU-Wahl unter 40 Prozent. Und ist unter 50 Prozent auch in Österreich. Und da hängt so Faktoren ab, die man im Vorfeld nicht abschätzen kann. Und bei mehreren Gelegenheiten habe ich schon darauf hingewiesen, gerade in der Bad Ischler SPÖ, in unserem Team, hat es ja 2013 bei der Nationalratswahl, bei 2015 bei der Nationalratswahl schon Kandidatinnen, Kandidaten gegeben. Und letztlich ist es nichts geworden und darum muss man mal das abwarten und schauen, wie sich das entwickelt. Ich sage, für mich ist Ischl ganz wichtig. Ich werde auch bis zu diesem 26. Mai, wird niemand merken oder wird man kaum merken, dass ich in einem Wahlkampf dabei bin, weil ich werde mein Programm genauso weitermachen wie bisher. Wir sind gerade dabei, zum Beispiel die Bürgermeistergespräche im Frühjahr zu planen oder im Jänner, Februar, März in diesem Zeitraum. Also der Einsatz für Bad Ischl ist sicher einmal so, wie man ihn kennt.